Hallo und herzlich willkommen zu dem Video. Jeder hat schon mal davon gehört, dass es sinnvoll wäre, seine Daten zu verschlüsseln. Aber mal Hand aufs Herz, wie viele von uns machen das und vor allem auch konsequent. Mir geht es in diesem Video primär um die Einrichtung der Verschlüsselung einer Festplatte, die unter Linux, also in meinem Fall Ubuntu, benutzt wird. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Fokus liegt bei mir jetzt initial auf einer Datenpartition und daher habe ich mir jetzt eine Festplatte gegönnt. Das ist die Western Digital 6TB Platte von der Reihe WDRed Plus, um meine kompletten Daten nochmal zu backupen. Und für das ist sie einfach dann da. Ich habe eine Platte, wo ich nur die wichtigsten Informationen, die relevanten Daten, dann entsprechend sichere und selbst ein Backup sollte in meinen Augen auch verschlüsselt sein. Also, ich habe die Festplatte jetzt in einem meiner Linux-Systeme verbaut und das System angestartet. Mit dem Befehl LSBLK kann man prüfen, ob die Festplatte erkannt worden ist. Ja, und hier können wir sehen, dass zwei Festplatten erkannt worden sind. SDA und SDB. SDA ist meine primäre Festplatte mit 100... Was hat sie denn? Das hat sie denn? 120 GB. Und das ist eine SSD. Und hier die DevSDB. Das ist die neue Festplatte, die hier mit 5,5 Terabyte an Größe angegeben ist. Bevor wir nun mit der Verschlüsselungsaktion beginnen, prüfen wir nochmal mit Smart Control, ob auch die Platte soweit in Ordnung ist und keine gravierenden Probleme, ja, keine offensichtlichen Probleme hier zu sehen sind. Und der Overall-Test steht auf Past und aus der Ausgabe des Schnelltests ergibt sich auch sonst kein Anhaltspunkt, dass die Festplatte in irgendeiner Weise beschädigt sein sollte. Insofern können wir mit der Verschlüsselungsaktion beginnen. Mit FDISK-L prüfen wir nochmal, ob da auch wirklich die Platte dann leer ist. Und siehe da, ja, es ist keine Partitionstabelle vorhanden und sie ist auch komplett leer. Kurzer Disclaimer. Wenn ihr an der Partitionstabelle arbeitet, da empfiehlt es sich immer, ein funktionierendes Backup zu haben. Weil wenn ihr euch die Partitionstabelle von der falschen Festplatte zerschießt, dann habt ihr unter Umständen einen Datenverlust. Deshalb bitte genau arbeiten, immer spezifisch auf euer Setup abgestimmt, auf eure Umgebung, was ihr gerade vorliegen habt. Ein funktionierendes Backup zu haben, das schadet in keinem Fall. Dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite, falls was schief laufen sollte. Hier benutze ich das Programm Parted und zuallererst erzeuge ich eine Partitionstabelle. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst kann keine Partition angelegt werden. Und diese Verschlüsselungsmethode basiert eben auf Partitionsverschlüsselung. Also erstelle ich jetzt eine Partitionstabelle mit dem Befehl MakeLabel und dann eine Beschreibung. Die heißt bei mir GPT. Abkürzung steht für GNU Parted. Und mit Print können wir sehen, dass für die Festplatte devsdb jetzt auch die Partitionstabelle geschrieben wurde. Jetzt geht es darum, die neue Partition anzulegen. Bei mir ist es jetzt so, ich möchte die gesamte Festplatte nutzen. Ich möchte eine Partition erstellen, nämlich eine primäre Partition. Und diese wird mit dem Befehl MakePart erstellt. Und ich gebe an, 0% bis 99% der Festplattenkapazität soll genutzt werden. Ich gebe bewusst nicht 100% an, weil ich möchte, dass auf der Festplatte ein paar Sektoren frei bleiben. Mit dem Befehl Print können wir nochmal verifizieren, ob die Partition angelegt wurde. Ja, sie wurde angelegt. Dann haben wir nochmal die Möglichkeit, mit fdisk die Partitionstabelle zu überprüfen, ob sie auch wirklich geschrieben ist. Ja. Also wir sehen hier, es gibt eine neue Partition, devsdb1 mit einer Größe von 5,4 TB. und ist defaultmäßig für ein Linux-Filesystem, für ein EXT-Filesystem vorbereitet. So, jetzt könnten wir hergehen, einfach mal ein EXT-Filesystem drauf zu klatschen und dann zu mounten und loszulegen. Das funktioniert. Wir wollen jetzt allerdings die Verschlüsselung aktivieren. Wenn ihr ein Ubuntu-Linux zum Beispiel installiert habt, dann wird defaultmäßig das Programm CryptSetup installiert und kann direkt genutzt werden. Für die Verschlüsselung der Partition nutzen wir folgendes Kommando, CryptSetup, LuxFormat zum Formatieren der Platte. Ganz am Schluss geben wir dann auch nochmal an, welche Partition wir verschlüsseln wollen. Hier devsdb1 in meinem Fall. Und geben noch ein paar zusätzliche Parameter an. Der Parameter c, der gibt den Blockverschlüsselungsmodus an, der genutzt wird. Also hier in dem Fall aesxts. Das ist auch der Default, der von CryptSetup benutzt wird. Der Parameter s bestimmt die Länge des Schlüssels. Der Parameter h spezifiziert, mit wie viel Bit das Passwort gehasht wird. Und der Parameter y bewirkt, dass das neue Passwort zweimal eingegeben werden muss. Okay, wir sind sicher, dass wir die korrekte Partition ausgewählt haben. Also weiter geht's. Nun gibt es nochmal eine Warnung, dass wir hier die Daten auf stb1 zerstören oder löschen, wenn wir hier fortfahren. Wenn wir uns wirklich sicher sind, dann yes eintippen. Und zwar in Großbuchstaben. Also bitte nicht klein. Also nicht einfach nur yes eingeben. Das funktioniert nicht. Wirklich yes. Alle drei Zeichen, das y, das e und das s groß schreiben. Nur dann fährt dieser CryptSetup-Prozess fort. Andernfalls bricht er ab. Und dann werden wir aufgefordert, ein sicheres Passwort einzugeben für unsere neue verschlüsselte Partition. Wenn ich mir ein Passwort ausdenke, Länge schlägt Komplexität. Das heißt, lieber habe ich eine extrem lange Zeichenfolge. Die ist definitiv schwieriger zu knacken als ein kurzes Passwort. Ich bin ein Fan davon, mehr als 15 Zeichen Passwörter anzuverwenden. Am besten 20 oder mehr. Und noch ein paar Zahlen und ein Sonderzeichen mit dazu. Und dann ist man in der Regel für heutige Verhältnisse auch meines Erachtens auf der sicheren Seite. Dieser Prozess geht ganz fix. Und jetzt können wir diesen Verschlüsselungslayer öffnen. Und das können wir bewerkstelligen mit CryptSetup-LuxOpen unter Angabe von der Partition, die wir verschlüsselt hatten. Also dev-stb1. Und dann müssen wir einen beliebigen Namen hier eingeben, über den die entschlüsselte Partition dann erreichbar ist. Und ich nenne ihn Encrypted Backup, weil es sich bei mir um eine Backup-Partition handelt. Anschließend das Passwort, das wir gerade eingegeben hatten, zum Verschlüsseln eingeben. Dann wird entschlüsselt. Und unsere neue Partition ist jetzt entschlüsselt verfügbar unter dev, mapper und in meinem Fall jetzt Encrypted Backup. Okay, jetzt müssen wir der Partition noch ein Dateisystem verpassen. In meinem Fall ein Extended 4-File-System und das erzeugen wir mit sudo makefile-stim.ext4 unter Angabe der Partition, die jetzt entschlüsselt vorliegt. Also dev-mapper-encrypted-backup. Das geht auch dann ziemlich zügig. Und ja, dann ist das auch erledigt. Und ich möchte noch einen Namen für die Partition angeben. Der heißt einfach Backup. Ich label diese Partition, dann hat sie auch noch einen schönen Namen. Das ist optional, nice to have. Muss nicht sein, ist nur der Schönheit halber. Und jetzt sind wir mit den Vorbereitungen fertig und können unsere entschlüsselte Partition mounten. Hier mounte ich sie unter slash mnt und mit df überprüfe ich, ob die Partition hier gemountet ist. Ja, sie ist gemountet unter mnt und dann kann ich sie beschreiben. Jetzt erzeuge ich einfach mal ein Verzeichnis und ein paar Dateien in dem neuen File-System und dann, genau, schaue ich, ob die Verschlüsselung funktioniert. Also erzeugen kann ich die Daten, ist schon mal ganz gut. Und von daher heißt die Dateien werden angelegt. Jetzt, ja, jetzt mache ich ein Unmount von dem File-System, weil ich es nicht mehr brauche. Mit df überprüfe ich, dass das File-System geanmountet ist. Es ist nicht mehr aktiv nutzbar. Und jetzt verschlüssel ich den Datenträger wieder mit Crypt-Setup, Lux-Close und dem Namen, den ich vorher vergeben hatte. Das war bei mir Encrypted Backup. Wenn ihr ihn nicht mehr wisst, der steht unter slash dev slash mapper. Da findet ihr ihn wieder. Und wenn ich jetzt einfach mal versuche, die Partition direkt zu mounten, ohne dass ich die Verschlüsselung aktiviere, dann bekomme ich hier einen Fehler, in dem mich das Mount-Kommando darauf hinweist, dass die Partition verschlüsselt ist und ich sie nicht einfach mal öffnen kann. Wie komme ich an meine Daten? Indem, dass ich zuerst die Datenpartition entschlüssele und das funktioniert mit Crypt-Setup-Lux-Open. Dann den Gerätenamen wieder eingeben, dev-stb1 und wieder einen frei vergebbaren Namen. Ich nutze in meinem Fall jetzt wieder den Namen Encrypted Backup. Anschließend steht die entschlüsselte Partition wieder unter slash dev slash mapper Encrypted Backup zum Mounten bereit. Und das Mounten, sprich das Einhängen der entschlüsselten Partition, das funktioniert genau wie vorher mit mount dev mapper Encrypted Backup und dann den Mountpoint slash mnt in meinem Fall angeben und dann steht die entschlüsselte Partition wie gewohnt unter slash mnt zur Nutzung bereit. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Der Einsatz einer Dateisystemverschlüsselung kann sich durchaus auf die Performance des Gesamtsystems niederschlagen. Das muss jetzt jeder selbst für sich beurteilen, inwieweit er Verschlüsselung einsetzt. Da muss man einen gesunden Mittelweg finden in meinen Augen. Es kann auch sein, wenn eine entsprechende Hardware im Einsatz ist, dass man hier nahezu keinerlei Performance-Impacts bemerkt. Das ist jedoch jetzt hier ein Weg, um eine entsprechende Dateiverschlüsselung unter Linux zu realisieren. Hier auch Headless kann auch auf einem Serversystem, so wie es bei mir jetzt ist, ohne grafische Oberfläche umgesetzt werden. Falls dir das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, vor allen Dingen, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Wenn es weitere Fragen gibt, lass mir gerne einen Kommentar da. Ich beantworte ihn gern und ansonsten freue ich mich aufs nächste Video mit dir. Mach's gut!